... Europameisterin Fertion. In der Qualifikation liegen... ... Europameisterin, der 4.1. ...auf dem 118. ... und hier steigen 360. ... und hier sind die 2.0. ... und hier sind die 2.0. ... und hier sind die 3.0. Danke, Mikael. ... und hier sind die 3.0. ... und hier sind die 3.0. Auf beiden Hecksbeulern steht RF. Dreierzeiten Seite an Seite. ... oder 3.0. Norddeutscher Rundfunk Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Probierung war ja hier das American-Map-Best, hier gehandelt ist ja etwas mit dem Grönnamen Friedhof. Und wie man sich die Welt jetzt nur ausgemacht, indem man ihn zu sehen, die Anlage, wo ohne die Kruierung und ohne Bühne umgegangen ist, in der Basel war abgewaltigt worden, und ein spezieller Bühne noch mit den Kompressor und den in den Tor eingegeben. Schuss! Das ist ein absoluter Traum, dass wir in der ersten Runde gehen. Ja, absolut. Es passiert nicht sehr oft, aber ich werde es dir freuen. Ja, absolut. Drinks-Arm ist ein schweres Barsch gegen Duncan. Ruder hat dieses Fahrrad ziemlich gut in die 3. Und wie wir gesagt haben, Ruder hat drei Top-Duel-Golf, alle in die 3 und alle in 300 kmh. Genießen wir nochmal den Sound, die Power und den Druck vor Nitro. Das lässt... ... 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